Ja, sehr gut, sehr positiv. Ich finde es mega cool, ich bin jetzt gleich einige Jahre hier dabei und ich finde es wirklich mega cool, dass man auch in diesem Bereich jetzt etwas hat, ja, herkommen lassen, investieren lassen. Und es passt natürlich zu Profisportlern und man merkt es, sehr viele Hockeyler oder ich sage jetzt sehr viele von den Teams gehen dort ins Wasser nehmen, ich inklusiv und das macht es natürlich immer interessant, wenn du weisst, dass du für Gesundheit etwas machen kannst. Ja, sehr gut, ich muss sagen, es ist einfach sehr rein, oder? Ich habe das Gefühl, da merkst du einfach den grössten Unterschied. Ich bin einer, der eigentlich zu Hause, im Privaten, wie auch hier eher mehr mit Wasser unterwegs ist. Viel Hannenwasser, aber eben wie gesagt, wenn du so etwas hast hier, dann nehme ich sehr gerne das Wasserrohr von dort und ja, es schmeckt mir natürlich sehr gut. Ja, absolut, ich denke, es ist so zu Hannenwasser, mit dem Kalkwasser und all das, ich habe schon das Gefühl, dass du dort ein deutscher Unterschied merkst, eben wie ich gesagt habe. Es ist und bleibt Wasser, vielleicht viele immer noch lieber auf Süssgetränke und so, aber ich habe das Gefühl, wenn du wirklich so reines Wasser trinken kannst, ist es umso besser für deinen eigenen Körper. Ja, absolut, also sei es jetzt eben für Leute privat zu Hause oder natürlich auch Sportler oder Organisationen, so wie jetzt wir die Chance bekommen haben, dass ich jetzt habe, absolut weiterempfehlen. Also ich würde natürlich auch schauen, dass ich da zu Hause etwas installieren kann.